Und du machst mir einfach nach, was ich dir sag, und die Bewegungen dazu. Dafür gibt es einen Grund. Turnen ist gesund, wenn es dir gefällt, ja dann fängt das Lied von vorne an. Achtung! Steh jetzt bitte auf, steh auf und breit die Arme aus. Jetzt setz dich auf den Boden, mach dich klein, klein wie eine Maus. Und dann setzt du dich wieder hin, ganz genau wie am Beginn. Ich frag mich, ob wir hier wirklich in der Schule, in der Turnstuhl sind. Kannst du klatschen? Bitte hör mir zu! Ich sag an uns, du, wunderbar! Mach's mir einfach nach, was ich dir sag, und die Bewegungen dazu.